hallo hallo ihr hübschen und willkommen zur fischemond energie sind wir heute und morgen drin heute 19 und 3 22 und übermorgen 23 und jetzt wissen wir schon warum ich mit den karten arbeiten sollte ja das ist hier ein weg der noch nicht sichtbar ist ja wo sich aber das ich weiß nicht ich sehe noch nicht klar hier auflösen wird ja also es ist so entspann dich bis du klar siehst ja alle die den tee haben schlürf den jetzt ja das ist tatsächlich dieses mit gelassenheit in die selbstliebe ja weil man sieht jetzt quasi noch nicht das ist auch das was ich jetzt beim autofahren gerade immer erlebe ja es ist gerade bei uns hier auf dem dorf übelste treckerzeit ja und die trecker sind immer dann vor meiner nase wenn ich überholen kann weil langgezogene kurve oder ähnliches ist das ist so dieses du kannst den weg jetzt noch nicht klar sehen das ist aber auch in ordnung wir haben erst nächste woche die frühlingstag und nacht gleiche und bis dahin warte ab was ich zeigen will der weg der ist jetzt noch nicht in langstrecke sichtbar ja du weißt nicht was hinter der kurve kommt ja warte bis sich das geheimnis lüftet bis du klar siehst und klare entscheidungen treffen kannst heute zieht herr merkur in den widder da habt ihr aber auch das zusatz orakel in der infobox ne beziehungsweise als kanalmitglied ja zugesandt bekommen ne und herr merkur im widder bringt noch mal einiges an veränderungen mit sich ja und diese veränderungen die herr merkur hier jetzt noch mit sich bringt woher merkur brücken baut für veränderungen die werdet ihr gebeten euch noch mal in geduld zu üben und abzuwarten bis ihr klar seht das ist jetzt quasi noch die entscheidungsfindung ne orientierungsphase und das so das geheimnis das löst sich hier auf ja das wird gelüftet und damit weiß man dann auch wenn die buchseite aufgeklappt ist man auf die nächste seite gucken kann dann weiß man auch welche richtung man im idealfall einschlägt ja okay wissen wir erstmal bescheid ne nächste woche haben wir dann ja auch neumond ne da haben wir frühlingstag und nacht gleiche und da gehen wir auch nach dem fischemond gehen wir auch direkt in den widder mond und der bringt dann ne weil hermes drin rumlauert entsprechende botschaften nachrichten die einen noch mal die nötigen impulse bringen und das hatten wir ja auch auf insta gestern beziehungsweise in den shorts gestern jetzt einfach noch mal abwarten bis hier die neue seite aufgeschlagen wird ja ich finde das gerade so klar entspannen kann ich auch immer super gut mache ich nehme ich aber wir gucken natürlich trotzdem was wir hier noch dazu kommen können zum entspann dich ja du siehst bald klar dir fehlt noch ein puzzel stück ja guck mal hier ist alles von außen ja alles von außen was da noch kommen will ja hier die göttliche orchestrierung helferlein ne die dir die noch mal ein licht und fokus und gedankensamen setzen für etwas was notwendig ist für etwas was man nicht bedacht hat ja oder wo man sich ja wo man einfach nicht auf die idee gekommen ist ne ja etwas was man nicht bedacht hat wo man nicht auf die idee gekommen ist was man vielleicht erst noch erledigen muss ja was mit inbegriffen ist in diesem part ja ganz genau hier guck mal und wenn du das erledigt hast oder mit integriert hast in deine überlegung ne dann wird es dich richtig hinziehen ja richtig hinziehen das ist wie ein ping hier das neue lied von peter fox ne zukunftspeng das finde ich ja zu gut das lied ne ja ja hier schaut ne ja aber auch den neumond mit drauf ne schaut mal und der neumond ne wenn der in seiner ganzen kraft und macht ist das ist dann ja auch hier ähm mit dem der findet ja im widder statt ne ist ja hier widder meumund wenn der in seiner ganzen kraft angekommen ist ne wird es dich wie ähm hier von zauberhand ne baut der die entsprechende brücke für dich ne wo du ähm anfangen sollst ja wo eine aufstiegsmöglichkeit für dich liegt magnetismus ja es zieht dich dann in die entsprechende richtung ja und ähm guck mal ja dass das mit den ne das zieht dich dann in die entsprechende richtung ja und ähm verspieltheit wird mir hier mit äh leichtigkeit ersetzt ja ja weil es gibt ein ähm es gibt einen schwierigen weg ja und es gibt einen einfachen weg und irgendwie kreist das köpfchen hier um den schwierigen weg ja weil einem hier ähm das ist so wie guckt mal ne hier ist in den gitterstäben ist hier ein loch eingelassen wo man durchfliegen könnte dann ist das ganz easy ne ganz einfach ähm aus diesem gefängnis sag ich mal auszubrechen ja und man könnte aber auch ne wenn man hier eine scheuklappe auf hat die ganze zeit direkt neben diesem einfachen loch wo man rausfliegen kann äh immer wieder gegen diese gitterstäbe knallen ne das ist so dieses typische man sieht im wald vor lauter bäumen nicht ne oder hier wochenlang monatelang ne mit so einem äh kleinen messerchen sitzen und versuchen dieses loch was direkt daneben vorhanden ist ne äh durchzumemeln ja obwohl man wenn man die scheuklappe abnimmt ne direkt daneben einfach voll easy peasy ne durchfliegen könnte und das wäre jetzt so das Problem ja und da bekommt ihr ja schaut mal ne sagt die nächste Karte hier wird transformiert ne ganz stark transformiert und das ist jetzt wirklich so bis zum Neumond ne bis zum Wittermond hier nochmal abzuwarten ne sich auch mit Dingen zu beschäftigen die einen Spaß machen ne also aus diesem ähm ich konzentriere mich nur noch auf Probleme ein wenig auszubrechen ne lenkt euch erstmal ab das Problem soll natürlich gelöst werden ganz klare Kiste ja aber da schmeißt hier der Neumond ganz andere Möglichkeiten ganz andere Impulse ja die magische Anziehungskraft ne der zieht euch quasi wenn ihr hier hockt ja und an dem Stäbchen rumsegt ne zieht der eure Aufmerksamkeit nach links hier guckt doch mal nach oben statt nur geradeaus oder nach unten und dann findest du auch ähm das Tor die Lücke die Möglichkeit ja wir bringen sie dir wir bringen sie dir ja neu im Widder über ne 1 und 17 ist die 18 über Freunde Umfeld ja hier hat jemand ein Rad für dich und dieser Rad ne der erweitert deinen Horizont ne der löst eine alte Schnur ne die dich ähm die deinen Horizont deinen Blick in eine bestimmte Richtung gelenkt hat und führt dich mit Leichtigkeit durch diese Tür das was du brauchst ist mein Tee ne mit Gelassenheit in die Selbstliebe ja warte ab bis du um die Kurve bist ne und ähm den Ping-Effekt hast ja den Zukunfts-Ping hast hm genau also entspann dich bis du klar siehst ja also ähm ist auch eine geile Empfehlung ne empfehle ich euch jetzt bis zum Neumond äh Faulheit und Gelassenheit das ist auch geil ja muss auch mal sein ne entspannt euch ja okay wisst ihr Bescheid wenn was ist wisst ihr ja auch wo ihr mich findet bis dann so kommen ja Amen.